Das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Von der Stimmung her das Beste, was wir, glaube ich, je gesehen haben. Also in Europa ist verrückt und Respekt auch an die türkischen Fans, wie sie ihre Mannschaft, obwohl sie 0-6, 0-7 zwischenzeitlich zurücklangen, immer wieder nach vorne gepeitscht haben. Und ja, tolle Fans und Respekt. Insgesamt war es natürlich eine gute Leistung. Hier musst du erst mal bestehen, hier musst du erst mal 3-1 gewinnen. Deswegen sind wir einerseits froh, andererseits müssen wir auch, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht, früh das 1-0 gemacht, was wir auch machen wollten. Das ist dann der kleinste Druck, der vielleicht noch da war, die Möglichkeit, auch die im Keim zu ersticken. Und das war wirklich eine gute Leistung. Dann an der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen fahrig in manchen Situationen, wo wir es dann nicht so gut gemacht haben. Aber ich glaube, es war trotz alledem ein erfolgreicher und souveräner Sieg heute. Die Stimmung war super. Man hat ja auch am Ende gesehen, wirklich sehr faire Fans. Und es war auch für uns was Besonderes, hier zu spielen. Und ja, das wird einem schon in Erinnerung bleiben. Was die Fans da machen und wenn sie dann pfeifen auch, das war eigentlich das Lauteste. Da haben die Ohrensummen da immer noch. Und ja, es ist schon Wahnsinn, was da für eine Stimmung aufkam. Geile Fans. Aber ich finde, auch unsere Fans aus München haben gute Stimmung gemacht. Es war nicht einfach, gegen die Kulisse anzugehen, aber man hat es ja oft gehört. Und von dem her auch ein Dank an unsere Fans, dass sie mitgekommen sind. Und ja, ich denke, für uns alle Bayern-Fans war das ein super, super Erlebnis heute Abend. Jetzt in zwei Tagen Auslosung irgendwelche besonderen Wünsche? Wünsche haben wir, glaube ich, keine. Wenn man am Ende ganz oben stehen will, muss man da eh alle schlagen. Und deshalb haben wir doch keine Wünsche. Vielen Dank. Danke auch.